Für die Kohlgraben eine unübersichtliche Situation. Wer entscheidet den Kampf für sich? Am Boden ist der Kojote-Bändiger und spielt seinen Vorteil aus. Schließlich sucht der Steinadler das Weitere. Heute wird er hier nichts mehr ausrichten. Für den Pioten aber beginnt der Streit mit den nervigen Ragen von Neuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017